Guten Tag, liebe YouTube-Gemeinschaft und das soll einfach mal mein erster Versuch werden, ein YouTube-Video zu machen. Ja, ich hab mir einfach gedacht, ich fahr heute mal mit dem T-34 und ja, ich würde nicht viel labern einfach und einfach mal starten. Gut, ähm, kurz zu mir. Ich hatte jetzt eine längere Pause von World of Tanks, allgemein, Computerspielen und dergleichen. Ja, und wollte jetzt einfach mal probieren, wie es so läuft, wie man so einfach wieder anfängt halt. Deshalb kritisiert mich nicht gleich. Ich weiß, ich spüre wahrscheinlich wie so ein kleiner Vollidiot, aber auch die muss es schließlich geben. Kurz noch gesagt, ich nehme hier in einer Qualität von 30 FPS auf, deswegen nicht wundern. Und ich nutze auch nicht die neueste Hardware-Technik. Das heißt, es kann auch so nicht gerade das beste Video sein. Ich werde natürlich versuchen, einfach mal das Beste aus dem Spiel zu machen und ja, mal sehen, was das Spiel einem so an mir bringt. Wie ich schon zu meinem früheren Profil oder zu meinen früheren Spielen gemerkt habe, hat sich viel geändert am World of Tanks. Allgemein, allgemein hier diese Burg genannte oder solche Sachen halt eben. Okay, dann können wir mal versuchen, da unten etwas zu kümmern. Okay, dann können wir mal versuchen, da unten etwas zu kümmern. Okay, dann können wir mal versuchen, da unten etwas zu kümmern. Okay, dann können wir mal versuchen, da unten etwas zu kümmern. Da scheint jemand hochkommen zu werden. Und hier? Okina aufgedeckt? Schau. Wir haben sie bös erwischt! Fahrde, fahr vorbei, fahr. Fahrde, fahr, fahr. Fahrde. euch noch viel Spaß. Damit würde ich dann mein Gameplay halt eben bennen.